Ambuja-Sanah ist die Stellung des Lotuses oder auch von Brahma. Ambuja heißt wörtlich im Wasser geboren und Ambuja ist auch eine Bezeichnung für Brahma oder auch für Vishnu. Ambuja ist eben die Lotus-Position und wird eben auch gemacht wie Padmasana. Setze einen Fuß auf den Oberschenkel oder wenn es geht in die Hüftbeuge, den anderen Fuß auf den anderen Oberschenkel, wenn es geht in die Hüftbeuge. Versuche die Fersen so nah wie möglich zum Bauch zu bringen. Gib dann die Hände entweder auf die Knie, zum Beispiel in Chinmudra oder falte die Hände. Das ist Ambuja-Sanah, der Lotus-Sitz, auch genannt Padmasana oder auch Kamala-Sanah. In Hatha-Yoga gibt es manchmal verschiedene Namen für die gleiche Stellung und manchmal kann ein Asana oder ein Name stehen für verschiedene Asanas. Ambuja-Sanah ist einer der vielen Namen für den Lotus-Sitz. Der Lotus-Sitz hat vermutlich deshalb so viele Namen, weil er eben von solch besonderer Bedeutung im Hatha-Yoga ist.